Studierende im praktischen Jahr verfügen über umfangreiches theoretisches Wissen. Zugleich fühlen sich viele PJler im klinischen Alltag noch unsicher. Hinzu kommt bei vielen das Gefühl, nicht ausreichend auf die mündliche und vor allem auf die praktische Prüfung vorbereitet zu sein. Dies haben wir an der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen erkannt und 2015 das Programm Skills Training und Simulation im PJ ins Leben gerufen. Viele Studenten haben gesagt, dass sie nicht bereit sind, die Doktorinnen zu werden und die übrigen Situationen auf dem Wald zu sprechen. Wir haben entschieden, dass ein Kurs, das die Theorie und die Praxis inkorporiert wird, die für die Studenten am PJ-Level zu sein. Skills Training und Simulation ist ein zwei-hour Kurs für unsere PJt-Learn, die ein Simulation-Szenario ist, das sehr strukturiert und sehr realistisch ist. Sie haben dann die Möglichkeit für Video-Assisted Feedback. Und dann haben wir eine Diskussion über ihre Performance in der Simulation und die Theoretical und Clinical Aspekte der Situation sie haben. Und dann können sie diese Möglichkeit nutzen, um ihre Leistung zu verbessern und hoffentlich nicht bei weiteren Situationen auf dem Wald zu intimidated werden. Ja, gerade der direkte Patientenkontakt ist ja in den letzten Jahren durch Corona sehr verstreckt geblieben. Von daher ist das jetzt eine super Möglichkeit. Ich bin da sehr dankbar drüber, genau das jetzt nochmal hier trainieren zu können. Zehn beispielhafte akute Behandlungsfälle von Bauch- oder Brustschmerzen über Schock und Trauma, die ärztliche Übergabe, den Kindernotfall bis hin zum Überbringen einer Todesnachricht werden in sicherer Umgebung simuliert und dies mithilfe von video-unterstütztem strukturiertem Feedback über einheitliche Checklisten und gemäß den jeweils aktuellen Leitlinien. Wir haben tatsächlich zehn Fälle, die alle von Professoren oder sehr erforderlichen Spezialist-Doktoren geteilt werden. Wir haben auch drei andere Seminare zu unseren klinischen Kursen gegeben, die medische Ethik betreffen, die schlechte Nachrichten geben. Und was ist eine Periode, die zu gewinnen und nicht zu gewinnen und zu gewinnen und zu gewinnen und zu gewinnen? Ich denke, dass dieses S-T&S-Training mich insofern darauf vorbereitet, dass ich in Notfall-Situationen adäquater reagieren kann. Hier lerne ich einfach insgesamt besser auf mich zu achten und mich zu verstehen, wie ich in Notfällen funktioniere und was ich verbessern kann. Also das ist für die ärztliche Tätigkeit später enorm wichtig. So far, I am not aware of any similar course that is offered by any other medical faculty here in Germany. We had other doctors to have a look at our courses. Das ist ein sehr, dass ich mich heute in Notfall-Situationen gewinnen kann. Ich finde, wir sind nicht so, dass wir in Notfall reinigen können,